Ja, Horst Lemmo. Ich mache den Führerschein, Freunde. Ich mache den Führerschein. Weil ich glaube, wer den Führerschein hat, hat mehr Glück bei den Frauen. Weißt du? Und das ist mein Fahrlehrer, der Markus. Mario! Ich sehe es nicht. Ich sehe nicht, wo die Kupplung ist. Da. Da ist die Kupplung. So, meine Hände mal klänker. Ja, hab ich. Ja. Gas weg. Gas weg. Gas ganz weg. Ja, ganz weg. Wird er denn dann, wenn ich den wacke? Ich habe Gas ganz wegnehmen. Ja, noch gar nicht. Jetzt fangen wir vor uns helfen. Und jetzt gebe ich Gas. Bisschen Gas. Weniger Gas. Weniger Gas. Ja. Legender Gas. Ja, ja. Und links, oder was? Links und Gas und weniger. Weniger oder mehr? Weniger. Da steht einer im Weg. Der steht im Weg. Ach so, da muss ich rüber. Jetzt haben Sie ihn abgewürgt. Jetzt habe ich ihn abgewürgt. Ja. Der ist zu dicht, einmal. Der ist zu dicht. Nicht so dicht. Aufbauen! Die sehen doch, ich habe doch Fahrfohle drauf. So. Mensch, die Leute, das hat aber auch keiner rücksichtigt. Recht, ja. Einmalig schön. Dieser Waren. Merken Sie auch dieses Geräusch. Was ist das für ein Wagen? Ja. Ein Wolf. Ist ein Wolf. Also, einmalig schön. Ja. Laufen Sie mal nicht so mittig auf der Straße. Bitte? Schätzlein, das ist so pfirlig, wenn die so mittig auf der Straße sind. Ich mag nicht mit auf der Straße. Weil ich bin Anfänger. Erste? Nee, ja. So. Schlimm. Und die Hände wieder... Ach so, Hände dran lassen. Die hält man auch die ganze Zeit dran. Die nimmt man nicht weg. Geht nicht. Das ist so schön, was? Ich hup mal lieber nicht, dass die Oma mal in die Straße geht. Gehen Sie mich rüber. Ich bin am Verharrn. Weißt du die Worte? Hör mal, ist das noch Grävenloch? Das ist noch, das ist noch dringendloch. Was ist denn jetzt weg? Weniger Gas? Ja, hab ich, hab ich. Jetzt entknoten Sie mal Ihre Arme. Ja, anders ging es nicht. Ich bin jetzt auch rübergekommen. Ja, dann ranzeln wir mal los und dann wieder. Mottstraße, hier wohnt eine Bekannte von mir. Ja? Ja, die hat die Kufus. Ganz scharfer Knochen. Ich sage, die ist jetzt auch noch über 50. Ja, die hat die besten Jahre in diesem Malekke hier, die Kleine. So auf der Saar. Ja, achten wir bis der Gegenverkehr, du hast der Sohn jetzt. Die gefällt mir. So, jetzt guck. Ich hände schon drei, fährt normalerweise rücken, aber das sind so greifbar. Ja, da macht das nichts mehr aus, so mit dem Brücken. Das ist die gewesen, weil die war keine 40. Sicher eigentlich nicht. Das war keine 40. So, jetzt guck mal wieder. Ja, jetzt guck mal wieder. Ja, ich kenne das ja alles. Das ist ja Gräbenburg, meine Heimatstadt. Fahre links weiterfahren? Ja, dann fahren wir. Trinken Sie mal links. So, dann fahren wir mal links. Trinken Sie mal links. Ja, ich bin... Achso, nee, ich muss hier wieder. Geh mal weg, ich mach das selber. So, jetzt links oben. Nicht reinfassen. Ja, Sie sagen immer links und dann ziehen Sie dann auf andere Leidse rüber bis darüber. Ich glaube auch nicht, dass wir beide, dass das ein gutes Ende nehmen. Nein, weil Sie mir auch immer reinfassen. Ja, dann sind Sie nicht zufrieden mit mir. Nein, tut mir leid, da bin ich nicht zufrieden. So kann ich das doch nicht lernen. Sie sind jetzt nicht ganz nervös, weißt du, kriegst du ein Heils, weißt du. Ja. Ich glaube auch immer, das geht nicht. Vielen Dank.